Bildung Älterer, eine Boom-Zielgruppe für die Weiterbildung, eine Zielgruppe, auf die sich viele spezialisieren wollen, die aber nach wie vor eine schwer zu fassende Zielgruppe ist, schwer einzuteilen. Ab wann gilt man denn als Älterer, die auch schwer in der Werbung zu erreichen ist? So teilt sich dieser Seminartag in zwei große Bereiche. Der erste beschäftigt sich mit der Kommunikation. Wie erreiche ich die Älteren? Wo kann ich sie abholen? Was sind ihre Interessen an Bildung? Wie kann ich sie zu Bildung motivieren? Der zweite Teil beschäftigt sich damit, wenn ich die Älteren als Teilnehmer gewonnen habe, kann ich da mit den klassischen Seminarmethoden arbeiten oder muss ich etwa spezielle Methoden für Ältere einsetzen? Wir glauben, ja, da gibt es Methoden. Die wollen wir Ihnen an diesem Tag genauer vorstellen, um einen idealen Unterricht für die ältere Zielgruppe zu entwickeln. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.